aber wir wollen ja auch mini games mitnehmen wir haben ein spiel schon alles verpasst 1 verpasst ja warum bist du nicht da ich hatte was ich hier machen soll mit drauf hüpfen und dann dann genau dann ist die frage um sind haken ach verdammt ok ziehen und in die wände hoch naja so nach links die wände war ich jetzt bei der richtigen band dass die gleiche nachher die gelbe wand die sich nicht so genau und ging dass er sich nicht dran kleben jetzt hängst du da eigentlich keine ahnung ich bin ja ich war abgestürzt ich habe ich da unten eine kante festgehalten warum auch immer ich bin drüben ich warte ich erst mal auf die alte ich habe 1 1 1 ja ich stehe hier bitte nicht abschießen wir haben auch keine 20 8 plus 0 oh gott müssen wir warte machen ich häng dran der finger runter gezogen okay ich bin drüben aber das ja der finger habe ich jetzt noch nicht das erste mal ist das glaube ich drehen oder es dreht sich nämlich gerade nicht mehr hat sich mit der haken gedreht aber du musst noch mal stelle ich immer auf das grüne pupskissen das grüne was ist hier grün auch das grün noch mal die finger jawohl jetzt schätzt jetzt das andere ja aber dann geht der trainer sicher wieder zurück langsam schnell schnell okay die idee ist aber ok ok schneller machen das muss noch wort bisher herrschwung ist bist du rüber gekommen doch auch über den haken oder mehr dass ich auch gedreht ich habe das ausgleiche auch wie du jetzt so dass du dabei noch am haken hängsten erst losgelassen hast wo es sich denn gelaufen werde bad morgen nie wieder mehr waschen schrei doch nicht immer so gott du bist völlig aufgedreht die runter von mir ich bin im wasser ich habe gesehen was da kam nein das ist da nicht der pommes gefunden was der tür vom promi backen kommt wieder raus wo bin ich ich habe schon was gedreht ich bin hier mal am fashionable . der porta im Into effekt jetzt kanns nicht noch mal drehen rund damit beim bezübers geschafft was ist geschafft was hast du geschafft ich habe keine ahnung weil du den erdäsch gemacht hast ja weil du das machen musst jetzt müssen wir noch ein paar machen vielleicht wenn ich das macht du lässt sich da etwas fressen wir noch mal auf den auf den jams wieder keine ahnung vielleicht gewinnen wir was weißt du bis jetzt haben wir alles gemacht und wenn es nur ein erfolg ist nicht mal mehr ein erfolg das ist ja eine vergewaltigung ich habe schon was ausgeschalten nach und die was geht ich will auch so ein spielzeug auszuschalten keine ahnung ich kann hier auf jeden fall noch mal drehen ich glaube ich bin ich 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 stelle das bällebad aus für das neue welle wasserfall oder wie auch immer du das jetzt nennen willst bitte sehr ich habe gern geholfen und wie läuft es im leben hast du verfehlt so man warte 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 links ja so ist auch stehen keine ahnung das architektur toll sind noch flecken also nicht genügend geschüttelt wir haben es kaputt gemacht es geht nicht mehr weg ich möchte nicht weiter gehen das kenne ich irgendwie noch ich könnte ein krokodil ich nehme den da er macht aber schon quäkiger geräusche es ist nie die mitte ja wie macht eine andere der wolf das schwein und ich bin weg der booster das ist in das schwein stecken halter ja für es von hinten ein na ja ich weiß das willst du du da schweine oder spiel ja hast du gesehen das schwein lebte ich habe das schwein getötet während es lebte weil du klein typisch wester ok trifft den ball um zu punkten naja gut das ist ja ja das stimmt und ich kann das nicht das sind zu treffen andere richtung das ist nicht das schildkröten und hasen rennen ja ich kann aber noch mal ziehen das ist nicht das schildkröten und hasen rennen ja ich kann aber noch mal ziehen das ist noch das einfach gibt es so eine bücher eigentlich noch einiges ist ja derzeit nur noch dieses tipptoy oder wie das jetzt das ist ja voll der spielzimmer 1 plus 3 plus 6 minus vier mal zwei minus sieben los geht's schreibt in die kommentare jetzt machen jetzt noch was ich hab's auf die zahlen vergessen und gott sind das für schildspinner dieser für schildspinner was gibt es hier noch da ist nichts da wartet dein tod ich habe eine ahnung was für die fütte spinnen gleich machen dürfen ja ich gehe sehr stark davon aus komm holen raus sie sind so uncool und langweilig ich kann jetzt fliegen oder gleiten das probiere ich aber erstmal aus ok damit habe ich nicht gerecht ich darf die bleiben auf dem rücken ok wir fliegen aber nicht unendlich hier ist auch ausgesprungen ich sitze einfach nur so ein fettes schwein drauf ich stehe ganz cool drauf zu weit eingeschafft ich brauche nichts anfassen ich glaube nicht dass ich da schon lang kann da wollte ich ja hin kannst du doch noch sie sind gut wir brauchen noch rot ich dachte das schaffe ich so ich habe hier gelb ich habe hier rot gehört warum hasst mich die welt jetzt aber du hast rot ja auch hinten ich hatte nie ein fidget spinner also kann ich damit auch nicht um ich versuche es aber auch immer mit einem schwung ich hänge hier hilf mir warum hilfst du mir eigentlich nicht die weltgeschichte ich bin der erste der durch ist kannst du auch ruhig in dem zeitraum mal aufmachen klang jetzt aber nicht so gesund irgendwie irgendwie klang das klang das böse ich hoffe ich muss die rutsche ich bin kaputt die rutsche ist auch kaputt du kannst du kannst damit hoch fliegen wenn du auf diesen luft dingern bist vielleicht ist irgendwo oben wieder irgendein irgendein geschenk da ist es was ich meine echt du weißt was ich meine ja dann erklär es mir ein mini spiel noch gar nicht so doof wie du aussiehst glück gehabt da ist es ein erfolg blieb mit dem fidget spinner mindestens dreieinhalb stunden am stück aber ich glaube das bringt noch nichts ok ich habe keine lustung mit dem fidget spinner ich bin aber schon damals stinken langweilig dass man kann hier drüben nach land laufen und das was ich glaube ich dass du da also ich sehe zumindest auch nichts was nur annähert danach aussehen könnte dass da was sein könnte ich bin jetzt hier auf der burg ich glaube ich soll ja wenn ich selber meine füße im boden zu sinken dann sollst du da nicht sein ich gehe jetzt am strand ich bin am strand wenn du so weit bist und wird tatsächlich auch mal die figur dazu hast dann darfst du auch mit anstrengen kommen so ist der dicke von uns hey ich bin ich dick ich bin nur leben ich habe ich dir schon mal gesagt naja oh gott das ist von dem von den gelben springt sie nicht so gut ab von dem sand das ist eigentlich ausreichend ich bin gerade überhaupt nicht hochgekommen das ist ein männerproblem oder das ist eine glückliche betrunken überhaupt nicht zu weit noch mehr ich finde die wo sind ganz gut steuer war die sind sehr gut steuer war ja man muss halt nur das geld haben so wie ich wo ist denn da ich hab's gilt okay man kann auch unten auf dem ding stehen muss nur jetzt reinkommen ich hab's schon hier oben auf dich das mini spiel verdammt wo nein keine ahnung wo ich hab's nicht gesehen wirklich nicht ja dann verarsch mich nicht mal guck mal hier schon wieder so ein enddarmtunnel durch die melona enddarmtunnel ich dachte wir kriegen irgendwie schräglage und fallen in den tod was zum teufel ja oh gott jetzt kommt ein drogentrip ich sag dir jetzt kommt ein drogentrip alter aber riesen die kaleidoskop oder ja oh gott ich jetzt kommt so der ok hier geht's ja noch ich möchte aber nicht weiter wird schlecht bei solchen sachen das ist nur eine illusion genauso wie unsere wascheln gucken oh gott droge ich bin so lange geflogen bist du fertig warst ich hab keine ahnung steht immer noch oder ja gut vielleicht war es auch ja müsste man der plästie war noch für diese diese folge rauskriegen das geht einfach mal wo wir sind das oder keine ahnung ich weiß es nicht nein nein so ähm wo ist mein fidgetes benutzten das da ja leuchtete blau ja das ist es nämlich ähm warte mal geh mal drüben dass wir hier in die reihe machen nein weiter siehst du brain nennt man das brain nein ich will weiter hier geht's weiter hier müssen wir noch mal so wir hätten auch die ruhe springen können auch nicht schauen wir nicht ok vielleicht doch du bei dir ja vielleicht doch hier nochmal hier nein stelle ich mal hier hin hier auch keine ahnung ja aber das müssen wir garantiert verbinden oder komm das muss doch machbar sein rutsch ab also ohne rutsch ab so jetzt musst du da vorne jetzt haben wir das doch ok jetzt kann der rutsch durchkommen wir sind abrutsch vor von der kante du ja ich nicht ja wir müssen auch noch denken oh gott ich habe hier nur da oben die zwei haben wir so schon oder eigentlich ja hier ne ok ok easy easy ich weiß es nicht ich bin auf drogen hier ich kriege auch einen anfall ich kriege auch einen anfall ja ich kriege auch einen anfall anstatt so einen perspektiven scheiße nicht mark ich sehe nichts mehr ich kriege es ihnen ich kriege gar nichts ich kriege gar nichts ich kriege gar nichts ich kriege gar nichts ich laufe einfach ok jetzt hat sich wir uns ein bisschen beruhigt jetzt was ist das so das Kaleidoscop ok warte warte ok warte 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 je